Ja, hier am Albtalbahnhof in Karlsruhe haben die Marathonläufer vom Fiducia Marathonlauf etwa 40 Kilometer hinter sich. Sie haben nur noch wenige Meter zum Ziel. Das Ziel ist bei der Europahalle. Das sind etwa 1,5 Kilometer von hier entfernt. Ja, also die laufen alle noch ganz schön flott. Man muss sich überlegen. 40 Kilometer haben die hinter sich. Der Start war um 9 Uhr. Jetzt haben wir 12 Uhr 50. Untertitelung des ZDF für funk, 2017